hallöchen ihr lieben es geht weiter mit haus flipper und ja ich glaube wir kommen so langsam in die endphase das ganze hier ist auch schon folge vierundzwanzig crazy oder ich muss gleich mal gucken wie viel auftrag auftrage aufträge wir noch zu erledigen haben das machen wir gleich mal für mich sicher ihr seid schon durch oder vielleicht fast und habt euch vielleicht sogar schon ein lieblings tier ausgesucht oder ein lieblingshaus mich würde natürlich interessieren was euer lieblingshaus ist oder euer projekt vielleicht habt ihr schon fertig und ja vielleicht habt ihr ja bock bei mir auf dem discord mal zu posten was ihr so schönes gemacht habt es würde mich auf jeden fall interessieren jetzt gucken wir mal als das haus hier haben auf jeden fall noch und ich glaube das war's dann nicht sicher ja schauen wir uns doch hier mal den netten menschen hier an allens leben veränderte sich für immer nachdem er das leben seines kätziens okli errettete er beschloss dass es niemals zu spät ist karriere zu machen also besuchte er kurz nach seinem 32 geburtstag eine tierärztliche hochschule nun ist er ein erfahrener tierarzt und möchte mit seiner familie nach cozy village ziehen um seinen alten freund morgen zu helfen er hat sogar den idealen standort für seine heimklinik gefunden nach ein paar anpassungen natürlich das haus sieht auch sehr groß aus wir gehen mal rein schauen uns das mal an ok interessant viel platz würde ich sagen mindestens drei stöcke stockwerke stockwerke also naja oder zwei wenn man das erdgeschoss mit rechnet ich höre die news und i'm all in for the idea of morgens bed care the house is more than enough for a family with a cat so i count on you to prepare a separate space for my home clinic first floor seems to be perfect for that that's why i will need some basic equipment in there i'll bring the specialized instruments with me later on i have no clue what to do with the rest of the rooms though my wife made a to do list so you should be fine i'm sure it will turn out nicely good luck home clinic okay great nice aber vorher anfangen muss ich mal ganz kurz in den einstellungen und aus ja nee quatsch okay zurück mir wurde ja ab und an gesagt dass es zu dunkel ist in den videos jetzt habe ich mal den ich glaube ich habe jetzt den nacht modus ausgenommen dann darf das ja eigentlich auch nicht mehr passieren schauen wir mal die war mal vier und eine menge und trauen ja und noch mal auf den das gott zurück zu kommen also wie gesagt ich würde mich freuen wenn ihr da eure projekte macht ein paar screenshots könnte auch ich rein hausen haben extra raum ausstellt dafür beziehungsweise ein extra channel und kann jeder seine sachen posten wie gesagt link ist immer in der beschreibung drin müsste nicht aber ich würde mich halt freuen ich will ich von euch noch hat inspirationen wie man das machen kann das ist auch so eine reile aufgabe hier immer oder wenn es zu entfernen wenn man mit rasenmäher drüber gehen würde dann in die auch weg aber das mache ich tatsächlich nur bei meinen eigenen projekten wenn die das nicht verlangen rasenmähen dann machen wir das auch nicht mal so einen kleinen hund siehst du hier gar nicht ich habe so einen kleinen kleinen spitze oder so sind sie aber doch hier im gras gar nicht ich glaube ich habe es so ich würde sagen wir laufen mal wieder zum anfang und hier sehen wir kommen auf jeden fall auch von der seite hoch ins haus und hier sind wir sehr interessant schaut mal diese veranda geht ums ganze haus herum es ist so ich liebe das ich mag das auch eher wenn es unten ist aber eine etage höher ist auch nicht übel cool oder ist das schön ich war schon am eingang war noch mal eine runde rum aber schaut mal wir haben hier auf jeden fall drei garagen auch mal nicht also wenn man viel geld hat vielleicht schon oder eine firma ist hier was drin erstmal lüften hier ne jeden fall müssen wir hier unten was machen ich sehe das schon alter scheiter ja wir haben ein bisschen was zu tun wir kommen dann anscheinend von der garage aus auch wieder ins haus finde ich auch immer cool so dann gehen wir mal hier hoch sagt auch mal da können wir sogar nachbarschaft sehen hole sache kommen wir müssen hier einmal rumlaufen auch reinschauen schauen es gefällt mir schon die raum aufteilung jetzt nicht ein fenster drin okay ja schön gehen einfach mal hier rein ach guck mal geil oder die küche hier so und dann das wohnzimmer ehrlich richtig viel platz also hier kann man sich auf jeden fall austoben und hier unten geht es dann runter in die garage sieht man mal wie sie die hüte an die wand gebracht haben schön was soll man denn hier eigentlich machen wir sollen ein offenes katzenklo kaufen doppelte katzen und ein katz kratzbaum er wurde doch hier hinten passen oder nehmen wir noch mal den kratzbaum ist sehr hell ich glaube da passt das hier in stets zu ich das da unten auch noch ein bisschen händler das ist nicht ganz so groß dann geht das ja immer mal hat es eine linie gern höher und dann mal raus ich finde das gut hier hier wurde das katzenklo gut passen ein offenes kratzbaum ein offenes kratzum naja ich habe halt keine ahnung ok ok könnte ein junger sein oder grün ist neutral aber ich stelle mal hierhin weil und so kann man sogar füllen hier wurde sind ja lieb ne machen gleich mal rein das hört sich so geil an ok schön gucken wir mal was haben wir denn hier noch ah hier ist ein arbeitszimmer das ist ja hübsch schaut mal von dem arbeitszimmer kommen wir hier ins schlafzimmer geil oder wahrscheinlich kommen wir hier vom wohnzimmer aus auch noch mal ins schlafzimmer cool gemacht richtig cool gemacht aber hier sollen wir auch nichts tun immer noch ein badezimmer mit integriert ist ja geil also die raumaufteilung gefällt mir gut richtig gut aber wir haben hier unten nichts mehr zu erledigen dann gehen wir mal nach oben ah ok ok müll 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 uiuiuiui das ist ja ein großer flur hier cool aber irgendwie hat das raus was oder wir müssen hier wände kaputt machen aber ich putze erst mal weil der schmutz bleibt ja wohl immer neu renovieren ok hier haben wir noch hier ist noch mal eine tür hier draußen müssen wir auch was machen es wird noch mal interessant hier coole sache wir können auf jeden fall hier schon mal die tür verkaufen für rahmen wahrscheinlich auch oder oh nee die tür soll ich nicht verkaufen ok äh aber den rahmen genau gut wir müssen hier auf jeden fall wände einreißen aber ich uff ich will hier nichts kaputt machen schon mal richtig na eine noch jetzt ist ein bisschen komisch hier bleibt echt ein ding stehen ja ok hier haben wir das gleiche ich glaube hier habe ich jetzt auch außer siehne wand weg genommen ach komm wir nehmen die weg dann stellen wir sie halt neu ich finde der sieht komisch aus ok die hätten wir wirklich stehen lassen können interessant ich muss dann hier noch weg ist hier auf jeden fall ich bin gespannt was das werden soll ich bin gespannt was das werden soll dann hier auch noch mal müll was auch sonst nice 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 auch noch mal putzi hey great so und hier müssen wir auf jeden fall anscheinend eine tür kaufen machen wir mal wartet mal ich muss mal gucken die farbe der fenster sind weiß ok machen wir hier bin ich auch wieder weiß rein ja das ist doch gleich viel freundlicher oder wenn man hier raus gehen kann finde ich gut kam mairo innentür verkaufen als ich das vorhin machen wollte wollte er das nicht interessant wir haben noch eine da hinten die muss auch noch weg ich bin trotzdem noch ein bisschen verwirrt dass es hier werden soll also egal einfach machen hier sollen anscheinend diese dinge hin genau eine muss da noch hin dann brauchen wir noch mal die dickenwände hier eigentlich genau jetzt haben wir eine hier und hier an der seite muss auch noch wand so die tun die ah ja ok jetzt jetzt weiß ich was wird die eingänge verändern ok hier ok so das ist das ist das ist das ist das ist hier muss doch dreck wahrscheinlich von außen oder wir machen erst mal den boden richtig schön hier überall noch schmutz so genau an der herr weiter irgendwo müssen wir noch ein fenster einbauen erst mal okay das soll kein fenster mehr sein so dann haben wir hier auf jeden fall auch noch mal laminat wieder das dunkle also damit haben sie es ist immer das gleiche irgendwie laminat verlegen hier ist noch wieder ausgleichen da brauchen wir noch ein paket coole sache vogelkäfig residenz aha hier kommt ein crazy hin also ich würde sagen wir machen ein bisschen heller oder so sieht das aus aber nicht mal für ein bisschen dunkler macht oder heller was ist das hier ach so das ist auch da hinten füllen oh okay details egal hallelujah das ding ist aber auch für das haus echt big oder auch hier so wir haben ein crazy kiff ich das wird auch noch mal interessant hier Hier kann man eigentlich Wasser einfüllen und hier Futter, aber das ist anscheinend nicht unsere Aufgabe. Okay, wir brauchen Schnurdeckenlampe dreimal und den Lichtschalter natürlich. Und wenn man hier hoch kommt, dann braucht man den Lichtschalter. Ich finde ja eh sind zu wenig nicht scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein und brauchen drei Lampen. Dann machen wir die mal ein bisschen heller diesmal. Das hier werden eigentlich dunkler. Und eine hier hinten noch. Zack. Ja, schönes warmes Licht. Schön. Okay, hier sind wir dann schon mal fertig. Dann gehen wir mal in das Zimmer hier. Streiche mit den Farben Horizont oder Horizon. Machen wir. Was machen wir noch? Wartet mal. Die Farbe ist ja eigentlich schon da, ne? Aber sieht irgendwie so ein bisschen gepflegt aus. Nicht der mittlere Topf? Gucken wir mal. Ja, okay. Die Farbe ist schon ein bisschen anders, ne? So, wie verresse ich jetzt immer einen Hund mitzunehmen. Wir nehmen nächstes Mal beim Auftrag mal unseren Leila mit. Vielleicht hol die mal. In der nächsten Folge. Ach so, schon wieder alle. Mann, 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 Mann. Nicht an die Decke kommen. Nein, 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 nein. Warte, die will ich auch immer neu streichen. Das wäre ein wenig stuhl. Okay. Ja, ich glaube, der eine Topf reicht. Cool. Nice, nice. Jetzt müssen wir ja hier eh eine Tür setzen, right? Machen wir erstmal schnell hier. Oh, langsam machen, den Boden. Ah, der sieht ja schon mal besser aus. Ah, wir hätten ja nicht alles blau machen müssen. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich glaube, ich mache es zum Schluss. Ich muss also mal gucken, was der hier will. Jalousie zum Einbauen. Was? Nicht den hier ernst. Äh, ich glaube, sie passt doch gar nicht. Oder, Herr? Was ist ich denn hier ernst? Nein, boah, der ist die Tür ein. Apropos Tür. Können wir uns die Türen hier oben hier selber ausruhen, ne? Genau. Äh, ich nehme dann die, die hier auch angegeben ist. Erstmal. So. Hello. Okay, das passt. Äh, eine Deckenlampe. Eine hier hin. Eine hier hin. So. Natürlich, wie immer, einen Lichtschalter. Zack. Und wir haben es noch gelacht. Ah. Es wird auf jeden Fall ein Schlafzimmer. Und hier gibt es auch einen Hamster. Dann. Aha, aha, aha. So. Ich will die Farbe erstmal hier rausstellen. Die ganzen Reste. Aber das mit dem... Oh. Mit dem Fenster. Also mit der Jalousie. Hast du das auch gehabt? Kann ich an die Breite auch nicht ändern, ne? What the fuck? Das geht doch gar nicht. Egal. Die wollen es doch haben. Wir bekommen ja halt auch keine andere Option. Oder wird es größer hier automatisch? Es wird größer. Es sieht nur so klein aus. Okay. Ich habe nichts gesagt. Tö-düm. Ich habe ja was gelernt. So. Ein Bettchen. Stellen wir mal hier hin. Genau. Dann gibt es bestimmt wieder Nachttisch. Ganz genau. Machte ich mir noch. Mal um ein bisschen heller. So. Könnten wir jetzt das Bett nochmal verschieben, weil da will ich gar nicht. Hier gibt es so ein Lämpchen. Macht das Licht an. Okay. Und wie immer, der darf natürlich nicht fehlen, unser Pelzteppich. Ja. Ja. Die legen wir jetzt einfach hier hin. So. Erstmal. Umliegen kann man immer noch. So. Und dann haben wir den Schrank hier. Haben wir da vielleicht auch noch eine andere Farbe? Ich glaube, kühle Eiche kommt ganz gut, oder? Kühle Eiche. Ja, es passt nicht. Nein, ich glaube, ich brauche das. Helle Eiche. Besser aus. Warum stelle ich denn das dicke Ding hin hier? Das ist auch so rumstehen, oder? Nee. Wird zu eng. Ja, gut. Ich stelle mal den dicken Schrank mal hier in die Ecke. Aber der steht jetzt auch an der Wand. Äh. Ja. Great. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, Doppelschrank. Haben wir hier auch eine helle Eiche? Natürlich nicht. Haben wir wieder nur eine kühle Eiche. Ei, 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 ei. Dann nehmen wir die kühle Eiche diesmal. Oh. Die kommt so ein bisschen da ran. Ne? Ey, der Hamsterkäfig muss ja auch noch hin, ne? Ah, müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen mal das Bett noch mal ein bisschen umstellen. Mal schauen. Hm, genau. Der Schreibtisch muss noch rein. Und der Hamsterkäfig. Der Hamsterkäfig ist ja schon riesig. Ich habe nicht völlig Bock, wo es hier hinten und vorne ist, aber ich glaube, es muss so stehen. Ähm, der Schrank geht hier ein bisschen ein. Ich will den erst mal kurz hier. So. Mal gucken, ob das gerade ist. Das sieht gut aus. Äh, ja. Ne, das wird man so nochmal verschieben. Jetzt packen wir mal da hin. Weil das sieht so gequetscht aus. Was, wenn ich diesen einen Schrank da noch hin mache. Mal den einfach mal ein bisschen schräg. Und dann würde ich wahrscheinlich den Käfig sogar so rumstellen. Ja, ja. Wir kommen hier auch noch locker durch. Macht Sinn. Und wir haben dann an der Seite auch noch Platz für den Schreibtisch. So, wir haben die kühle Esche nochmal. Ja, Eische haben wir nicht. Müssen wir die Esche nochmal nehmen. So. Aber das bin ich auch ganz schön breit, ne? Okay, ein Stürchen. Buche. Kühle Esche. Ja. Ich würde hier ein bisschen Farbe nehmen, oder? Eben. Musa, nee. Mach mal was Dunkles. Das ist schon ein bisschen Oma-mäßig aus dem Stoff. Macht nichts. Und wir brauchen noch unseren Schleppi-Toppi. Einen grünen Schlepptop habe ich auch noch nie gesehen. Äh, wie der ist schwarz. So. Hab ich hier schon mal einen grünen Laptop gesehen? So, würde mich ja mal interessieren. Ich darf nicht vergessen, ich wollte Laila holen noch. Gleich. Gleich. Also gleich in der nächsten Folge. Mal schauen, mal ein Gründer-Hamster. Sweetie. Oh. Mal so viel Platz. Nee, ich darf nicht vergessen, ich muss ja auch noch, muss ja auch noch die Panelen anbringen. Ich würde mal sagen, ich hole mal Laila. Und das dauert er kurz. Deswegen sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Also, lasst es euch gut gehen, lasst es euch da und nach wo. Und denkt dran, weder ins Discord zu posten, würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.